Rundfunk Welchen griesen Ort zum Byttlingen stand der Bueck? Hallo! Bevor wir mit unserer heiligen Messe in der heiligen Halle umheilig beginnen können, kriegen wir von euch eine Heilungshalle-luja! Wir spinnen Krühe auf! Ich bin bereit! Lang ist Abit, unser Gottesdienst, gross in Freude schreit, weil endlich gibt die Regierung fast nach einer Freiheit frei. Wir hätten uns ja niemals vor einem Auftritt drücken wollen, doch die Hände in die Stadt ins Publikum, ins Rörde, die Messe spucken. Und man begreift, dass das den Leuten jetzt langsam stinkt. Der Impfstoff, das ist die Akkette, der piekst der neue Noah. Mir freut's, dass ich im Impfzentrum noch den Termin bekoe. Die Wartenschlange für den Schuss, die Schüler hat mein Bitz. Ein Bild, wie in den 80er-Jahren, dort zweimal auf dem Platz spitz. Und man begreift, dass das den Leuten jetzt langsam stinkt. Und auch die Maske, die ist mittlerweile eine weltweite Tracht. Das hätte schon jeder Zweite mit dem Amtsarzt Dutzis gemacht. Und wenn er die zum 10. Mal in die Quarautane steckt, dann stinkt's ein ganz gewaltig, auch wenn man gar nichts schmeckt. Und man begreift, dass das den Leuten jetzt langsam stinkt. Doch jetzt folgt eine neue Ära, die Pandemie, die ist vorbei. Endlich können wir und wir wieder im Team miteinander sein. Denn jeder kann jetzt Kassel voll Luft, treu auf die Strasse tragen. Und so bist du ein Name, sieh, und hast du ein Wartensfaden. Der Hansli kann jetzt jedes Jahr seine Geschlecht nicht definieren. Verdienen sie Geld als Mann, lässt sich als Frau früher pensionieren. Sie freut, mein Tod. Das müsste man so halt täglich kennen nutzen. Denkst du am Tag und schaffen und am Oberbürgig putzen. Oh! Und der heilige Masse liegt. Gerrit's Gott! Gerrit's Gott! Ich möchte gerne jetzt den Schnellienst gewinnen, ich sage mir die ... Gerrit's Gott! Einer Freund der Hoge! Ich mache mich das! Das ist deririige Professor! Einen Moment, ich komme noch einmal. Dann sollt ihr jetzt nur, dass alles genug ist. Der Gottschall darf jetzt wieder moderieren. Wir hätten aus dem Altersheim entdo, drei Einläufungen drei Tage lang balsamieren, den Knopf im Turm her aus Fenissimo. Der Gottschhobe, Herr, wir wetten, dass ein Mäulnisch will, wir gehen. Aus Amster steht auch plötzlich, die Mama merkt, wie wir gehen. Nach dem schlimmen Film. Ich spüre aber nicht. Nach dem schlimmen Film und Fall beziehen wir jetzt vorbei. Es ist schrecklich für den Beutel, wie jeder macht ein riesiges Schrei. Wir stehen heute in der Kader, sich auf uns verdroh. Wir waren schließlich doble, wurden wir noch vor ihm stehen. 2. 3. 7. 9. 9. 9. 10. Halleluja! Halleluja! Habe ich unter uns! Versteht, da kommt alles zu uns! Schön, wer ist der Hermann? So ist der Wunsch vielleicht, dass der loca ist, oder? Wieso steht man beim Menschenrecht, für die Primaten nein? Schuld sind sicher die Frauen, die haben längst schon ein zu Hause. Wo können wir das klare Neu als sonnenklar verstehen? Als wasst du spinnen Menschenrecht, für Schnacken auch nicht jungen. Ich warte die Frauen. Ihr habt den Frauen? Gege, gege, gegege, gegege, gegeimmo, haygeme, gege, 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 gege. Angelbart und bitte geh! Ein Parkplatz in der blauen Zone G'sinde deprimiert Doch fährt isch in der grünen Zone Das Piefli schnell parkiert Ein Nätzli in der roten Zone Ohne Bad zwar günstig gelegen Doch gib gute Nacht Vielleicht kommt morgen Schon die Kündigung vom Dägen Ich hätte es wohl je gesagt Weisst du weisst was du Er spielt aus einiger Erfahrung Ich treue mich Nur, zwei, zwei Ich habe fast das Gleis Ja, ich bin alles Ja, ich bin alles Ich bin alles Kau, ich bin alles Die Kündigung Im Sonne gibt's einen Brindenbauer, der hat hundert Kühe. Die Glockenwiese in den Weg zum Euter in der Früh. Und schmeckt wie die Milch vom Bauer, wohl sauer. Denn es wird, wer hat dies denkt, sich mit der Glocken zwischendeut, das ohne gleich noch tränkt. Vielen Dank.